Wahrscheinlich hast du dich mindestens einmal in deinem Leben gefragt, warum leckt sich meine Katze, wenn ich sie streichle. Hoffentlich beruhigt es dich zu wissen, dass du nicht allein bist. Auch andere haben schon die Ablehnung einer Katze gespürt, die scheinbar versucht, die Erfahrung wegzuwaschen. Ist das nur eine dieser lustigen Katzenangewohnheiten oder versucht sie dir etwas zu sagen? Das erfährst du in diesem Video. Nummer 1. Du triffst eine Stelle, die deine Katze nicht erreichen kann. Katzen sind erstaunlich flexible Geschöpfe. Trotzdem kann deine Katze bei der Fellpflege nicht jeden Zentimeter ihres Körpers erreichen. Deshalb tragen wir punktuelle Flohbehandlung auf den Nacken auf. Wenn deine Katze eine Verletzung erleidet oder zu viel Gewicht zunimmt, ist sie in ihrer Beweglichkeit noch mehr eingeschränkt und kann nur noch wenige Körperteile erreichen. Wenn du eine dieser unzugänglichen Stellen berührst und streichelst, kannst du dadurch ihren Fellpflegeinstinkt auslösen. Da sie die Stelle, die sie reinigen möchte, nicht erreichen kann, leckt sie vielleicht stattdessen an der Luft oder an einem anderen Körperteil, um ihr Verlangen zu stillen. Nummer 2. Deine Katze genießt das Streicheln nicht. So sehr es uns Katzenliebhabern auch wehtut, zu akzeptieren, dass unsere Katzen uns manchmal einfach nicht so gern haben. Oder genauer gesagt, sie wollen nicht gestreichelt werden. Vielleicht sind es nur bestimmte Körperteile oder sie haben einfach keine Lust. Verdrängungspflege ist eine der Möglichkeiten, wie sich deine Katze trösten kann. Wenn sie sich nach dem Streicheln unwohl fühlt, kann das Lecken eine Möglichkeit sein, das zu überwinden. Und Nummer 3. Deine Katze könnte eine Hautkrankheit haben. Noch schlimmer als der Gedanke, dass deine Katze keine Lust auf Streicheleinheiten hat, ist, dass sie vielleicht an einem Hautproblem leidet. Hautprobleme können von Juckreiz und Lästigkeit bis hin zu regelmäßigen Schmerzen bei der Berührung reichen. Eines der problematischsten Beispiele dafür ist das Feline-Hyperästhesie-Syndrom. Dabei handelt es sich um das Gegenteil von Betäubung. Statt einer verminderten Empfindung sind die Haut und die Muskeln deiner Katze besonders empfindlich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst. Schreib mir auch gerne die Glocke zu aktivieren und die Glocke zu aktivieren.